Frau Lachmann, Sie duschen auf dem Oberdeck. Ja und? Nackt. Sogar voll die Möpse deiner Mutter gesehen, ey. Uuuuh. Hint da her, Mann! Los! Lola, das ist Kurt. Kurt, das ist Lola. Freut mich sehr. Der ist doch ganz nett. Das ist ein Schleimer. Papa war lustiger. Papa ist nicht mehr da. Und wenn er wiederkommt? Wir haben einen neuen Mitschüler. Wo ist denn noch ein Platz frei? Bei Lola. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Die dürfen nicht hier sein. Hey, legal. Ja, und bist asozial. Solltest du lieber mal diesen komischen Schnurrbart abschneiden. Könnt ihr besser knutschen. Aber was fällt hier eigentlich ein? Du hast keine Ahnung. Wir sind Freunde, Revin und ich. Freundschaft ist gut, aber gefährlich. Lächeln. Voll des Liebes, falls des Monats, ey. Geht das her? Ich kriege immer nur Probleme wegen dir. Ich habe alles verkehrt gemacht. Mach dir nicht so viele Sorgen. Alles wird gut. Das sagt die Erwachsene doch immer. Komm, steig ein. Das ist ein Geheimnis. Ich schwöre, dass ich nichts verraten werde. Kein Wort. Und Prinzessin Lola von der Erbser. Ich zeige sie an. Immer noch die gleiche alte Pätze. Setzen. Sex. Wie schreibt man illegal? Keine Ahnung, Mann. Aber es kommt irgendwie voll verboten. kes Säger. Bis dahin. 분위, communion. Super. ять.